Kennst du folgende Situation? Du schaust dir ein wirklich spannendes Fußballspiel an, gemütlich auf deiner Couch. Und gerade da, wo du aufs Klo gehen musst, wird das entscheidende Tor geschossen. Oh nein! Oder folgende Situation, du gehst einkaufen beim Supermarkt, kaufst dir Erdbeeren, leckere Erdbeeren. Und dann, wo du zu Hause ankommst und die Erdbeeren auspackst, merkst du, oh nein, ich habe genau die Tasse mit den fauligen Erdbeeren erwischt. Oh, wie mühsam. Oder kennst du die Situation, du hörst gerade deinem Partner zu und wirst von deinem Handy abgelenkt und dann tappst dich dabei, wie du die Frage oder die Worte deines Partners wiederholst und dabei merkst, oh nein, ich war gerade nicht aufmerksam. Ich glaube, wir alle kennen diese Momente, wo wir was verpassen, wo wir was übersehen oder unsere Aufmerksamkeit nicht ganz bei der Sache ist. Wie viel mehr oder wie sehr muss es Maria aus Magdala gegangen sein, als sie den auferstandenen Jesus beinahe übersehen hätte? Ich meine, wie kann das passieren? Wie kann man Jesus übersehen? Und noch dazu war sie die erste Person, die den auferstandenen Jesus sehen durfte und noch dazu war sie eine Frau. Und das war zur damaligen Zeit eigentlich doppelt spannend. Und da steigen wir in die Geschichte ein, wo Petrus und Johannes schon unterwegs waren zum Grab und ein leeres Grab auffinden. Und eigentlich sind sie schon wieder am Rückweg oder am Abbiegen. Und da sehen wir eine sehr spannende Geschichte zwischen Maria und Jesus, den sie beinahe mit einem Gärtner verwechselt. Und da heißt es in Johannes Kapitel 20 von den Versen 10 bis 20, die beiden Jünger, Petrus und Johannes, gingen wieder nach Hause, weil da war nichts zu sehen, da war niemand zu finden. Jesus, er war nicht mehr da. Aber Maria stand inzwischen wieder draußen an der Grabhöhle und sie weinte. Weinend beugte sie sich vor, um in die Gruft hineinzusehen. Ja, Maria weinte. Sie war tief bewegt von dem, was geschehen war. Schließlich war sie auch beim Kreuz mit dabei. Und es waren nicht alle die Nachfolger von Jesus beim Kreuz mit dabei. Wir wissen, viele haben sich gefürchtet, haben ihn sogar verleugnet. Petrus hat ihn sogar verleugnet. Aber sie war beim Kreuz dabei. Sie sah, wie dieser Jesus, der ihr Leben komplett verändert hatte, der ihrem Leben überhaupt erst Leben gab, da vor ihren Augen blutete und starb. Er starb. Und sie sieht jetzt dieses Grab, das leer ist. Und sie hat nur einen Gedanken, ein Ziel vor Augen. Ich möchte Jesus finden. Ob lebendig oder tot, ich möchte Jesus finden. Und da geht es eben weiter. In Vers 12. Auf einmal sah sie zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo Jesus gelegen hatte. Einer am Kopfende und der andere am Fußende. Frau, warum weinst du? fragten sie. Maria erwiderte, sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Also bitte zeig mir, dass du so cool bleiben kannst, wenn dir zwei Engel begegnen und wenn sie dir sogar eine Frage stellen. Maria bleibt nicht nur cool, es wirkt fast so, als würde Maria es ignorieren, beziehungsweise nicht ganz die richtige Antwort auf die Frage geben. Sie hat eben nur ein Ziel vor Augen und blendet mehr oder weniger alles andere aus. Aber wenn mir zwei Engel begegnen und wir zum Reden anfangen, ich glaube, ich könnte nicht so cool bleiben mit dem Maria. Aber es geht weiter. Als sie über die Schulter zurückblickte, wir haben gerade gelesen, sie fand das leere Grab vor sich, da waren Engel. Und nun blickt sie zurück und tatsächlich, da ist Jesus, sah sie auf einmal Jesus dastehen. Er kannte ihn aber nicht. Jesus, der auferstandene Jesus, er steht unmittelbar vor ihr. Die Nähe Gottes, die Gegenwart Gottes, unmittelbar vor den Augen von Maria und sie erkannte ihn nicht. Sie war so damit beschäftigt, Jesus zu finden, dass da, wo Jesus letzten Endes da war, sie ihn zumindest hier noch verpasste. Aber es geht weiter. Jesus, er geht eigentlich einen Schritt weiter mit Maria. Er fängt an zu interagieren. Und so heißt es, er sagte, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, es sei der Gärtner und sagte, Herr, wenn du ihn fortgenommen hast, sag mir bitte, wo er jetzt liegt. Dann gehe ich und werde ihn holen. Oh dear, wie konnte das nur passieren? Jesus, er fängt an, Fragen zu stellen. Er fängt an, zu interagieren mit Maria, um ihr auf die Sprünge zu helfen. Aber Maria, sie wirkt eigentlich so, als würde sie gar nicht so recht zuhören. Und es passierte tatsächlich, dass sie Jesus mit dem Gärtner oder mit einem Gärtner verwechselt und nur ein Ziel zum Ausdruck bringt. Ich möchte ihn finden. Wo ist er? Wo wurde er fortgenommen? Dabei steht er gerade vor ihr. Maria, sie verpasst die Worte von Jesus, wo er doch anfing, mit ihr zu reden. Aber das Schöne ist, es gibt noch einen dritten Teil. Und da endlich die befreienden Worte, beziehungsweise das befreiende Wort Maria. Jesus ernennt ihren Namen. Und da endlich dreht sie sich um. Sie hat sich nicht einmal zum Gärtner gedreht. Sie war eben so darauf bedacht, Jesus zu finden, dass sie Jesus, der eigentlich hinter ihr stand, beinahe übersehen hätte. Sie dreht sich um, weil irgendwie hat es dann doch in ihrem Kopf geklickt, naja, der Gärtner, der kann ja gar nicht meinen Namen kennen. Also wenn ich den Gärtner nicht kenne, wie kann der meinen Namen kennen? Und diese Worte Maria, diese persönlichen Worte, dieser persönliche Jesus, der jeden unserer Namen kennt, begegnet hier Maria und spricht ihren Namen aus und ihr gehen die Augen auf. Und ihre Antwort, wie aus der Pistole geschossen, Rabbuni, das ist Hebräisch und heißt Lehrer. Sie bringt ihre Liebe, ihr Herz, ihre Hingabe zum Ausdruck und antwortet Jesus. Aber es geht weiter. Jesus, er setzt fort. In Vers 17 heißt es dann, lass mich los. Also diese Begegnung oder dieses Augenöffnen von Maria muss scheinbar zu einer gewissen Haltung oder zu einem gewissen Klammern geführt haben, sodass Jesus eben die folgenden Worte wählt oder eigentlich den folgenden Aufruf wählt, lass mich los. Jesus, fass mich nicht an, sagte Jesus zu ihr. Ich bin noch nicht zum Vater im Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern und sagte ihm, ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und richtete ihnen aus, was er ihr aufgetragen hatte. Was meint Jesus hier mit lass mich los? Meint er, dass Maria ihn nicht angreifen darf, weil er jetzt da auch verstanden ist, aber dann kriegen wir irgendwie eine Spannung mit den Folgegeschichten oder den Folgeauferstehungsbegegnungen, wo ja die Jünger, beziehungsweise Jesus die Jünger sehr stark auf seine Wunden aufmerksam macht und ihnen ja sehr persönlich begegnet, sogar mit ihnen gemeinsam ist. Also das kann es eigentlich nicht sein, dass sie Jesus nicht angreifen darf. Was meint er damit? Na, ich glaube, er meint damit, dass Maria loslassen soll davon, wie sie Jesus bisher gekannt hatte oder kennenlernen durfte. Weil sie hatte das Privileg, den Menschensohn, den Sohn Gottes, den ja wirklich menschgewordenen Gott kennenzulernen auf der Erde. Aber es sollte eine Qualität der Beziehung kommen, ermöglicht und versprochen durch den Heiligen Geist, die noch intimer, die noch inniger und die noch mehr 24 Stunden, 7 Tage die Woche möglich sein sollte. Und das verheißt uns eben Jesus schon in Lukas 24, 49, wo er daran erinnert und sagt, Seid's gewiss, was mein Vater euch versprochen hat, werde ich zu euch herab senden. Bleibt so lange hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Letzten Endes ist die Ausgießung des Heiligen Geistes auch ein Beweis dafür, dass Jesus wirklich in den Himmel gefahren ist und dass Jesus wirklich zu Rechten des Vaters seinen Platz als König eingenommen hat. Und diese Beziehung, gewirkt durch den Heiligen Geist, sollte eben eine ganz neue Qualität sein. Und Jesus sagt zu Maria, hey, da kommt was Neues. Halte nicht fest an dem, ich begegne dir gerade als Auferstandener, aber da kommt durch den Heiligen Geist eine Qualität der Beziehung in dein Leben, die sollst du festhalten, die sollst du umarmen. Und durch diese Beziehung werden dir noch mehr Dinge offenbar. Jetzt stellt sich die Frage, warum Jesus nicht gleich Maria gesagt hat, wo sie im ersten Schritt einfach nur seine Gegenwart verpasst hat. Sie schaut ins Grab ein, dreht sich um und da sieht sie Jesus stehen und sie erkannte ihn nicht. Warum hat er nicht schon da gesagt, Maria oder hier bin ich, ich bin Jesus. Warum ist es zuerst seine Nähe und sie erkannte ihn nicht? Oder ein anderes Wort wäre es seine Gegenwart. Warum sind es zwei Fragen, die er stellt, wo er zur Interaktion einlädt, also sprich seine Worte und wieder erkannte er sie nicht. Und dann am Ende die Befreiung, er spricht ihren persönlichen Namen. Naja, ich glaube, es hängt eben stark damit zusammen mit, ich sage mal, dem Problem oder der Herausforderung, dass Maria nicht loslassen wollte, weil eben eine neue Qualität der Beziehung mit Gott, gewirkt durch den Heiligen Geist, in ihr Leben kommen sollte. Eine Qualität der Beziehung mit Gott, wo sie bereits hier offene Augen bekommen kann. Eine Qualität der Beziehung, wo, wenn er Worte spricht, der Heilige Geist sie offenbar macht. Und wir sehen hier eigentlich eine unglaubliche Gnade, weil Maria hätte beinahe Jesus verpasst. Er hat mit ihr interagiert und sie hat nicht wirklich eine gute Antwort gehabt. Aber am Ende befreit er sie und sagt aus seinem Wunsch heraus Maria und ihr gehen die Augen auf. Und all das steht im Zusammenhang damit, dass sie da nicht loslassen wollte. Und sie darf eigentlich diese unglaubliche Gnade Gottes kennenlernen. Und ich möchte uns da in drei Hauptaussagen hineinführen. Nämlich, vor meinem Tod und Auferstehung konntest du, also Maria, mir, ich sage es mal unter Anführungszeichen, in eigener Kraft begegnen oder folgen. Sie war mit ihm unterwegs, wie die anderen. Aber jetzt ist es unmöglich. Wir auch. Jetzt ist es auch verstanden. Er ist eben nicht mehr so wie ein Mensch auf der Erde. Und vorher war dir das noch möglich. Jetzt ist es unmöglich. Was für ein Ausdruck von Gnade. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich ertappe mich selbst dabei, dass da, wo ich eine Antwort brauche von Gott, eine Antwort suche, wo ich verzweifelt auf der Suche bin nach Jesus, für eine Situation, dass ich oft dann, wo ich mit meinen Kräften ans Ende komme, wo ich mich nicht passiv zurücklehne, aber doch loslasse, dass er mir begegnet, dass er meinen Namen ruft und dass er mit Antwort kommt. Um noch größer zu machen auch, dass es eben nicht in meiner Kraft liegt, ihn kennenzulernen, sondern dass es ein Geschenk ist, gewirkt durch den Heiligen Geist. Und das wird hier Maria bewusst. Und das wird auch uns bewusst. Und das können wir aus dieser Geschichte lernen. Aber es geht weiter. Das Schöne ist, auch wenn du mich übersiehst, die Wort, wie wenn Jesus jetzt zu uns sprechen würde, ich übersehe dich nicht. Er übersieht dich nicht. Maria hätte Jesus beinahe übersehen. Aber er übersieht uns nicht. Er sieht dich da, wo du gerade sitzt und zuhörst und zuschaust. Er sieht dich in deinen Nöten. Er sieht dich in deinen Hochzeiten, in deinen Erfolgen. Er sieht dich aber auch in deinen Niederlagen. Er sieht dich da, wo du schläfst und da, wo du wach bist. Er sieht dich da, wo, ja, er sieht sogar deine Gedanken. Er sieht das Verborgenste deines Herzens. Und da, wo du ihn verpasst und vielleicht auch deshalb dir ein schlechtes Gewissen machst, da möchte ich dir zusprechen, er verpasst dich nicht. Er übersieht dich nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass Maria nach dieser Begegnung einen Vorsatz gefasst hat. Das passiert mir kein zweites Mal. Ich möchte Jesus nicht nochmal verpassen. Aber ganz ehrlich, aus eigener Kraft wäre es ihr ein zweites Mal passiert. Es ist wirklich der Heilige Geist, der uns hilft, das Wort Gottes und auch die Gegenwart Gottes real für unser Leben zu machen. Da komme ich schon zu unserem dritten Punkt. Lass mich eben los und du wirst mich zukünftig ganz neu erkennen. Weil zukünftig wirst du mich bereits erkennen, wenn nur meine Gegenwart wahrnehmbar wird. Und eben jetzt, wo ihr da auferstandene Jesus begegnet ist, das war sozusagen ihr erstes Scheitern. Er war da, er war präsent, aber sie hat es nicht erkannt. Und dann spricht er, er spricht Worte, sein Wort wird eigentlich hörbar, sie erkennt es nicht. Aber das Schöne ist, zukünftig durch den Heiligen Geist können wir bereits die Präsenz, die Gegenwart Jesu erkennen. Durch den Heiligen Geist können wir, wenn wir das Wort Gottes, wenn wir die Bibel aufschlagen, sein Wort erkennen, können in Beziehung treten, in Austausch treten, auch die Bibel so lesen. Ich mache das total gerne, dass wenn ich die Bibel aufschlage, dass ich immer wieder Fragen stelle. Dass ich nicht einfach nur lese und nachdenke, sondern dass ich Vers für Vers auch Jesus so Fragen für zwischen die Zeilen stelle. Oder dass da, wo ich mich nach Gottes Gegenwart ausstrecke, ich ihm in Anbetung und Danksagung begegne. Weil es ist da, wo wir Danke sagen. Es ist da, wo wir auf Jesus fokussieren, dass seine wahrnehmbare Gegenwart kommt. Und er möchte uns eben durch den Heiligen Geist bereits da persönlich Offenbarung schenken. Deshalb lass mich los, weil es kommt eine besondere Qualität der Beziehung in dein Leben, liebe Maria. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben, ob du Jesus schon kennst, ob du jetzt gerade mitverfolgst, dass eben Ostern da ist, Ostersonntag da ist und du hörst vielleicht in den Nachrichten oder liest in der Zeitung, ja, da denken ja die Christen oder erinnern sich und feiern den Tod und die Auferstehung von Jesus. Und ich weiß nicht, was das mit dir gemacht hat, über Jesus zu hören. Was es mit dir macht, zu hören, dass da Gott persönlich auf diese Welt kam, um einen Preis zu bezahlen, um am Kreuz zu sterben und aufzuerstehen. Ich möchte dich so einladen, eine Antwort zu geben, da, wo dein Herz heute berührt worden ist. Und du kannst da, wo du bist, in deinem Wohnzimmer, vor deinem Screen, eine Antwort geben. Und das Schöne ist, Jesus hat bereits einen Schritt auf dich zugemacht. Und vielleicht hast du bisher Jesus verpasst und übersehen, aber er übersieht dich nicht. Er denkt an dich, Tag und Nacht. Und er sehnt sich danach, mit dir in Gemeinschaft zu sein. Und dieses Wunder der Gemeinschaft mit Gott ist eben durch den Heiligen Geist möglich. Und so möchte ich dich einfach jetzt einladen, vor deinem Screen, dass, wenn du in Gemeinschaft mit Jesus kommen willst, einfach mit mir gemeinsam ein Gebet sprichst. Und du kannst da, wo du bist, dieses Geschenk der neuen Geburt, dieses Geschenk des ewigen Lebens empfangen und ein neuer Mensch werden. Und anfangen, Jesus nachzufolgen. Also sprich doch, dieses kurze Gebet mit mir, wenn das, was ich dir gerade erzählt habe über Jesus und Maria von Magdala, dein Herz berührt hat. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du da bist. Und ich kann es vielleicht gerade gar nicht beschreiben, wie du da bist, aber ich spüre deine Gegenwart. Und ich möchte antworten. Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir das, was zwischen uns steht, was mich belastet, was auf meinem Gewissen und meinen Schultern liegt. Und befreie mich. Schenke mir dieses neue Leben der Beziehung und Gemeinschaft mit dir. Ich möchte dich besser kennenlernen. Und Jesus, bitte hilf mir durch deinen Heiligen Geist, dass ich dich wahrnehmen kann und dein Wort verstehen kann. Und hilf mir, in diese tägliche Beziehung mit dir hineinzufinden. Danke, Jesus, für dein so großes Geschenk. Amen. Ja, wenn du dieses Video jetzt alleine oder vielleicht sogar in der Gruppe mit deiner Familie gesehen hast und da noch vertiefen möchtest, ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht. Und da wäre eben die erste Frage, was hat Gott heute zu dir, zu deinem Herzen persönlich gesprochen? Überlegt, tauscht aus. Oder wenn du alleine zu Hause bist, überleg für dich selbst, was hat Gott heute zu deinem Herzen gesprochen? Das Zweite, wie möchtest du das umsetzen? Was für einen konkreten Schritt möchtest du machen? Wo möchtest du deine Bibel bewusst auflagen? Zu welcher Tageszeit? Wo möchtest du bewusst dir fünf Minuten nehmen, um ihn anzubeten, um ihm Danke zu sagen? Wofür möchtest du Danke sagen? Aber wo willst du einen nächsten Schritt setzen? Und zum Schluss betet füreinander. Und da, wo du vielleicht niemanden zu beten hast oder ein offenes Ohr brauchst, ich möchte dich so einladen. Du kannst uns anrufen, du findest hier eine Telefonnummer oder wenn es dir unangenehm ist anzurufen, kannst du uns auch ein E-Mail schreiben und wir rufen dich an oder wir schreiben dir zurück. Aber wir wollen dir helfen, da wo du eine Anlaufstelle brauchst, wo du Gebet brauchst, wo du ein offenes Ohr brauchst. Bitte komm auf uns zu, ruf uns an und nütz diese Gelegenheit. Und wir wollen uns da wirklich Zeit nehmen, um mit dir zu beten, um dich zu ermutigen, gerade in einer Zeit wie dieser. Und ja, so wünsche ich euch allen in diesem Sinne noch einen wirklich genialen Ostersonntag und eine super Woche.